Sie erinnern sich alle sicher noch an die leeren Nudel, Klopapier oder Konservenregale, als es mit der Pandemie losging. Bereits am 5. November 2021 habe ich auf diesem YouTube-Kanal davor gewarnt, dass wir bald wieder leere Regale sehen werden. Und nun ist es soweit. Die Energiekrise, die Düngemittelknappheit, aber auch die LKW-Fahrerknappheit spitzt sich immer weiter zu und sorgt dafür, dass mittlerweile schon in einigen Bereichen rationiert wird, wo die Preise um 500% gestiegen sind. Und was uns jetzt noch droht, was Sie vielleicht noch gar nicht wirklich auf dem Radar haben, möchte ich heute in diesem Video erklären. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wir schauen uns mal an, welche Preisexplosionen wirklich für uns alle deutlich, deutlich zu spüren sein werden und welche unsere Ersparnisse in der nahen Zukunft wahrscheinlich zu einem Großteil auffressen werden. Beginnen wir doch mal an der ersten Stelle mit diesem Video des YouTube-Kanals The Pommes Man. Fand ich sehr spannend, habe ich mal reingeschaut und musste wirklich sagen, ich habe es mir bis zum Ende angesehen. Ich hatte es nicht auf dem Radar, was sich hier in der Gastronomie und im Großhandel bereits auftut. Nachdem dieses Video erschienen ist und in diesem Video klargemacht wurde, dass bereits jetzt das Speiseöl im Ukraine-Krieg schon fünfmal teurer geworden ist, muss man sich natürlich der Konsequenz bewusst sein, was das für die Gastronomen, aber auch entsprechend für die Ölpreise, die ja jeder Einzelne zu Hause im Regal dann auch zum Verbrauch hat, bedeutet. Außerdem werden mittlerweile Lebensmittel oder zumindest Grundmittel, die dann für Lebensmittelproduktion verwendet werden, wie Mehl und Speiseöl im Großhandel rationiert. Am gleichen Abend, als ich das Video gesehen habe, war ich noch in der Gastronomie und habe die Chefin gefragt, ob es wirklich so ist und sie hat darüber geklagt, dass ihr Mann mittlerweile in drei bis vier Großhandelsmärkte fahren muss und dass man zeitweise nur noch zwei Kilo Mehl pro Gastronomie bekommt. Wenn Sie einen Italiener, also eine Pizzeria betreiben, dann bekommen Sie zwar etwas mehr, aber diese Rationierung sollte uns allen zu denken geben, denn hier ist natürlich noch lange nicht das Ende erreicht. Ich befürchte, das ist die Spitze des Eisbergs. Der Betreiber des YouTube-Kanals betreibt mehrere Imbisswegen und sitzt quasi direkt an der Quelle und bekommt diese Information aus erster Hand. Pommes, Pizza etc., alles wird bald teurer, wie Sie hier in diesem Aufschnitt sehen können. Ich war heute in drei Großmärkten, weil ich fürs nächste Catering einkaufen war. Und was ich da erlebt habe, es passt auf keine Kuhhaut, das könnt ihr mir glauben. Mehl gibt es im Großmarkt, also im Großmarkt, da wo die Leute große Mengen einkaufen, gibt es pro Kunde zwei Kilo Mehl. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wenn du mehr Mehl haben willst, weil du Bäcker bist, weil du Pizzabäcker bist, weil du ein berechtigtes Interesse hast, um mehr Mehl wie zwei Kilo zu kaufen, musst du das mit deinem Gewerbeschein nachweisen. Diese Galone hier, diese hat 10 Liter Öl ungefähr, sind in einer Flasche drin. Also ich brauche zweieinhalb Flaschen für eine Fritteusenfüllung. Ich habe vor einem halben Jahr für so ein Fläschchen hier, habe ich 9,95 Euro bezahlt. Diese Flasche Öl kostet jetzt, ich sitze, sonst musst du dich festhalten, 49,95 Euro. Also dezente 500% teurer geworden. Hinzu kommt noch, dass da auch gar nicht mehr so viel Öl da ist. Ich habe dann mal im Großmarkt des Vertrauens nachgefragt. Hallo, was ist mit Öl? Sagt er, ja, das da, das sind Reste. Mehr gibt es gar nicht mehr und wir werden auch erhöhen müssen, werden das aber trotzdem noch im Rahmen lassen. Wir haben das mal eben gerade durchgesprochen, intern bei uns und wir werden wahrscheinlich irgendwo bei 6 Euro landen. Und selbst das ist eigentlich noch viel zu wenig, wenn ich überlege, was allein schon diese Kosten hier für Öl und Co. ist. Um auf die Gründe dieser Preissteigerungen einzugehen und warum die Preise so massiv explodieren, habe ich mal etwas tiefer gegraben. Und einer der ersten, aber wichtigsten Gründe, den Sie wahrscheinlich nicht kannten, ist, dass die Ukraine und Russland für 80% der weltweiten Sonnenblumenölexporte zuständig sind. Das bedeutet, ohne Russland und die Ukraine bleiben nur noch 20% übrig. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, was mit dem Preis passiert. 29% der weltweiten Weizenexporte kommen ebenfalls aus diesen beiden Ländern. Und wenn Sie sich jetzt die Frage gestellt haben, warum denn überhaupt Mehl knapp wird, an einem konkreten Beispiel, der Weizenpreis ist deswegen so extrem hoch, weil zwischenzeitlich von 220 Schiffen, die aus Russland mit landwirtschaftlichen Grundnahrungsmitteln den Hafen verlassen sollten, aktuell nur 73 Schiffe den Hafen verlassen haben. Das bedeutet also, 150 Schiffe mit lebensnotwendigen Grundnahrungsmitteln sitzen in Russland in den Häfen. Und ich gehe nicht davon aus, dass die russische Regierung ein großes Interesse dabei hat, den Westen derzeit zu versorgen, wenn man sich anschaut, wie stark die Sanktionen auf Russland einwirken. Das Zentrum für die globale Entwicklung erwartet, dass 40 Millionen Menschen hungern werden aufgrund dieser Entwicklung. Als dritter wichtiger Fakt, den man oftmals außer Auge lässt, warum die Preise massiv steigen werden, ist, dass die Zentralbanken natürlich die Notenbankpressen anwerfen und dies wiederum zu einer erhöhten Inflation führt. Also wir bewegen uns hier in einen Teufelskreis, der vermutlich in den nächsten Monaten oder auch Jahren gar nicht so schnell ein Ende sehen wird, wie auch Aldi, einer der größten deutschen Discounter nun bekannt gegeben hat, werden 400 Produkte in der gesamten Produktpalette jetzt verteuert. Laut Focus zahlt eine Familie für einen normalen Einkauf im Aldi bereits jetzt fast 10% mehr als noch im Januar 2022. Und wir sind gerade mal im März. Auch andere Discounter wie Lidl beispielsweise haben angekündigt, die Preise zu erhöhen und zu rationieren. Oftmals werden erstmal nur bestimmte Warengruppen rationiert, in dem Fall Nudeln, Mehl, Speiseöl, aber auch unser beliebtes Toilettenpapier, das wir spätestens aus der C-Krise nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ein weiteres großes Problem ist auch, dass Futtermittel für Tiere fehlen. Und zwar in dem Fall liegt es daran, laut dem Verband von Legehennenhaltern, dass die Eiversorgung ab Sommer 2022 nicht mehr gesichert sei. Es geht also darum, wenn Sie sich am Samstag oder am Sonntag Ihr Rührei in Ruhe machen, dass Sie vielleicht dann mal darüber nachdenken, warum es diese Produkte nicht mehr gibt. Die deutsche Eierwirtschaft spricht nämlich in dem Fall von Alarmstufe Rot. Und ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, jetzt wo wir kurz vor Ostern stehen. Es herrscht teilweise blanke Existenzangst bei uns Landwirten. Die Preise für Futtermittel haben sich in kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Gentechnikfreies Soja ist kaum noch zu bekommen. Viele Halter können deshalb nicht mehr neu einstallen, beschreibt Henna Schönecke, ist ein Vorsitzender des Bundeseiverbandes. Diesen Verband gibt es wirklich. Und die Situation scheint ernsthaft dramatisch zu sein. Ich denke, auch hier wird es wieder so sein, dass man erst, wenn man im Supermarktregal steht und feststellt, es gibt keine Eier mehr und auch der Bauer verkauft diese ganzen nur noch rationiert an die Kunden, die er seit Jahren hatte, dass man feststellt, dass auch ein weiteres Lebensmittel knapp wird. Auch Dünger ist extrem teuer geworden. Ein Beispiel dafür ist Kalkamonsalpeter. Und zwar ist das ein wichtiger Stickstoffdünger von Landwirten. Und in diesem Fall sorgt das natürlich dafür, dass die Ernteausfälle entsprechend größer werden. In dem Fall fehlen größere Mengen Dünger, weil Russland als wichtigster oder einer der wichtigsten Exporteure der Welt hier ebenfalls ausfällt. Auch aus diesem Grund könnten die globalen Ernten dann zukünftig geringer ausfallen. Eine mögliche Folge wäre dann wiederum eine verstärkte Migrationswelle, wie wir sie bereits vor der Zierkrise gesehen haben, von Afrika nach Europa. Die Grafik zeigt, die Sie hier sehen können, wie viel Prozent der Weizenimporte Afrika aus Russland und der Ukraine bezieht. 16 afrikanische Länder bekommen über 50 Prozent, also über die Hälfte des Weizens aus Russland und der Ukraine. Die Migrationsbewegungen würden dann natürlich wieder verstärkt auch nach Deutschland abzielen, denn Deutschland ist natürlich als einer der wichtigsten Sozialstaaten der erste Anlaufpunkt. Und wie wir es bereits unter der Merkel-Regierung gesehen haben, sind natürlich die Tore für jeden auf. Und man muss auch sagen, wir sind nicht unschuldig daran, wenn wir uns anschauen, dass wir derzeit Russland sanktionieren. Statt einen Konflikt zu lösen, wird dieser Konflikt verhärtet. Grund dafür ist, dass der deutsche Sozialstaat natürlich der üppigste ist, der die weltweit meisten Menschen anzieht. Und man sieht es in anderen Ländern, hier hat man ganz andere Handhabungen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen Pro-Flüchtling oder Contra, aber die Politik in Deutschland sorgt natürlich dafür, dass auch hier unsere Energieversorgung weiter geschwächt wird. Denn je mehr Menschen wir im eigenen Land haben, desto mehr Energie wird notwendig sein. Und auch hier haben Sie wahrscheinlich in den letzten Monaten auf diesem Kanal gelernt, dass die Energieversorgung wirklich vor einem ernstzunehmenden Engpass steht. Zum einen sind die Gasspeicher ohnehin leer. Und zum anderen haben wir uns derzeit auch über Importstops des russischen Gases und der russischen Ölversorgung unterhalten. Und die deutsche Regierung sieht derzeit so aus, als würde man sich hier wirklich einig werden, Russland komplett zu sanktionieren und uns unsere eigene Nabelschnur der Energieversorgung abzuschneiden. Auch die Atomkraftwerke und die Gaskraftwerke und die Kohlekraftwerke werden nach und nach geschlossen. Deswegen müssen wir den Fokus auf regenerative Energien legen, wenn es nach unserer rot-grünen Regierung geht. Aber an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, wir haben es in mehreren Videos besprochen, unter anderem hier in diesem Video mit Robert Jungnischke. Der Blackout steht bevor und der wird dadurch natürlich weiter beschleunigt. Das brauchen wir uns auch nicht anders schönreden. Dass auch die Lkw-Fahrer knappheitlich weiter zuspitzt, dürfte jedem klar sein. 7% der deutschen Lkw-Fahrer haben einen ukrainischen Hintergrund, also leben entweder in der Ukraine oder kommen aus der Ukraine und sind derzeit im eigenen Land, weil dort Männer zwischen dem 18. und dem 60. Lebensjahr derzeit im Land gehalten werden, um die militärische Basis zu stützen. Der Logistikverband BGL warnt vor Versorgungsengpässen. Und einer der Gründe ist zum einen, dass diese Lkw-Fahrer aus der Ukraine fehlen, zum anderen auch, dass kein Nachwuchs nachkommt. Und es war bereits ja schon vor der Krise so, und da waren die Spritpreise noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie derzeit sind, Lkw-Fahrermangel war. Stellen Sie sich jetzt mal vor, aufgrund der hohen Spritpreise bleiben auch noch einige Lkws stehen. Dann haben wir wirklich das Worst-Case-Szenario und ein Versorgungsengpass droht. Hier in diesem kurzen Video-Ausschnitt sehen Sie, dass die Lage in der Lkw-Branche bereits offensichtlich sehr angespannt ist. Schauen Sie gerne mal hier rein. Wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Wir heißt die Industrie, der Handel, aber vor allem die Politik. Alle haben, glaube ich, noch die Bilder in England vor Augen, mit den langen Schlangen vor den Tankstellen, mit den leeren Supermarktregalen. Wir als Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung warnen schon lange, auch zeitlange vor dem Ukraine-Krieg, dass wir in einen schleichenden Versorgungsvollerbis wandern. Und jetzt wird das Ganze natürlich durch die Explosion der Kraftstoffpreise quasi katalysiert, beschleunigt. Und wir müssen jetzt kurzfristig handeln, sonst wird es der Endverbraucher merken. Malen wir es uns noch mal aus. Im Extremfall, wenn das so weitergeht, haben wir dann leere Regale in den Geschäften, Herr Engelhardt? Ganz konkret, ja. Die Gefahr besteht. Wir hängen vom Lkw ab. Über 70% der Güter in Deutschland werden mit dem Lastkraftwagen transportiert. Einige Unternehmer haben schon aufgegeben. Wir haben Meldungen von Unternehmen. Die Gefahr für Versorgungsengpässe und leere Regale ist also weiterhin real und existent und keine Dystopie mehr. Ob es wirklich so weit kommt oder ob wir mit dem blauen Auge davor kommen und vielleicht in Zukunft das ein oder andere Lebensmittel mehr wertschätzen, das wird offen bleiben. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass Sie genug Lebensmittel für mindestens 2-4 Wochen und genug Wasserreserven zu Hause haben. Für all diejenigen, die lebensnotwendige Medikamente benötigen, empfehle ich ebenfalls auch hier vorzusorgen. Außerdem ist es wichtig, dass Sie kleinere Tauschmittel für den Krisenfall besitzen. Diese finden Sie hier. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie auch das kleinere Budget mit Gold und Silber passende Tauschmittel findet. Ansonsten finden Sie hier eine passende Prepperliste. Die Liste können Sie hier an der Stelle runterladen, um für sich noch mal eine Checkliste zu haben, um zu sehen, haben Sie alles zu Hause, was Sie wirklich benötigen. Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind und tschüss.